Pautz, Muttschart, Schoß! Wir sind wieder am Schlüssel mit Rainbow Six Siege Ranked auf Bereich Sichern! Wieder zusammen mit Igno und Jonny hier die Sessions am durchballern und eine Win nach dem anderen einfahren. Bonsoave, wie geht's euch? Moin moin! Eigentlich voll komisch, ne? Also eigentlich, ich weiß ja, dass es euch so geht wie vor 5 Minuten auch noch. Nur, dass vor 5 Minuten die Aufnahme noch nicht an war? Äh, ja so ungefähr. Äh, fragt sich jetzt was nämlich, glaube ich... Nicht echt jetzt Deko oder Igno? Toll, ich will das! Äh, nein, ach scheiße, fuck, ich hab schon wieder... Aber Claymore aus dem Flugzeug wäre natürlich echt besser gewesen. Flugzeug kann nämlich ganz schön haarig werden. Bams, Alter, jetzt hab ich sogar einen Schnitt gemacht und hab trotzdem nach dem Schnitt noch... ...ein richtigen Turmfeuer weitergeredet. Pro Tactics. Ähm, gucken wir mal. Äh, was ist das Besch... Schlafzimmer ist das? Jop. Ohhhh... Geil, lass oben lang gehen. Verra läuft oben, Jäger läuft oben. Oh fuck, aber wir müssen auf jeden Fall auch noch oben. Egal ob jetzt über Cockpit oder über hinten. Aber... Wenn man da oben aufmacht, Alter, dann kann man da so viel rumficken. Ja. Oh nein, warum... Bennett ist auch noch oben, oder was? Okay, Bennett ist auch oben. Offensichtlich ist kein einziger im Raum. Oh doch, jetzt ja. Okay. Also es sind drei Leute oben gewesen. Ja, ich würde gerne... Äh... Mira ist im Raum. Ja, ich bin grad überlegen, wir können... Ah. Ups. Ah. Also gehen noch welche von uns oben lang? Äh, ich würd mitgehen. Ja, ich muss gucken. Ja, dann kommen... Dann gehen wir zu dritt oben lang und gucken, dass wir da aufräumen. Oh, warte, ich komme, ich komme, ich komme. Ich schau, dass meine... Also Cockpit... Cockpit sind zwei Leute. Okay. Kann man nicht genau erkennen. Hinten... Hinten ist komplett free. Oh, aber da ist trotzdem durchsnipen. Na, bei mir bleiben. Achso Diko, ich komme. Einen hab ich erwischt, aber da hinten war noch, ja. Komm mal vor. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich glaube irgendwas Jägermäßiges oder so war noch da. Links ist er. Soll ich ne Lücke frei machen? Warte, zieh... Achso, ja. Geh kurz nach links. Nach rechts meine ich. Nice! Voll geil! Äh, wenn das so klappt. So, gehen sie wieder vor. Check mal, hier können wir jetzt die Decke aufmachen. Aber drei Stück waren ja. Aber trotzdem das Gefühl, dass von hinten einer kommt. Ja, ich hab leider keine Claim aus uns. Alter, was war das denn? Nein, zwei beiden. Ja, der war auch da. Komm mal auf. Okay, da war gerade Smoke. Da ist Smoke, da ist Smoke. Ja, genau. Wo ist Smoke? Da hinter nebenrum. Okay. Zack, Kollegen aufgeholfen. Ich schmeiß noch mal ne... Granate... Ah, nein! Sorry. Wuh! Wuh! War jetzt runtergefallen. Wuh! Toll. Toll. Alter, ich hab grad... Ich dachte, ich hab Johnny gekillt, Alter. Guck dir das mal an. Killcam. Du hast mir 50% Leben abgezogen, auch. Ja, guck mal. Ich zieh ne. Johnny läuft davon. Ja, das ist Jolly. Ja, weil ich dachte, er hat ihn schon down. Normalerweise noch mal nicht so viel. Und dieser Long-Listance-Snipe war so geil. Aber der Jäger war auch nicht... Normalerweise braucht er nicht so viel. Das war vom Jäger nicht so schlau gemacht, dass er da still gestanden hat. Ich musste ja nur vorher schon auf das Ding zielen und hatte Johnny nur noch einen Schritt zur Seite. Und dann war's schon vorbei. Ich bin jetzt noch bewegt und es ist mir nicht ganz so leicht gemacht, ihn her zu verpassen. Wäre das noch was anderes gewesen. Ähm, Gepäckraum bin ich auch dafür. Ich nehme Smoke und ich geh roamen auf jeden Fall. Ähm, will da hinten irgendwer zu machen, das Teil? Soll ich hier aufschießen? Ich geh doch zu machen. Achso, du machst so zu. Achso, nee, du machst so zu. Willst du Camps irgendwo hin? Nanananananana... Was wurde verstärkt? Spiele zu spielen. GG. Irgendwann er Camps hin? Irgendwann er Camps hin? Okay, dann hat nichts. Ähm, nee, ich weiß... Ich weiß eigentlich nichts. Echtbar. Redet der mit irgendwer? Ja. Ich bin der Smoke. Ey, ich bin der Smoke. Was will er von mir? Du solltest irgendwas nicht zumachen. W-what do you need? Du hast dir eine Wand zugemacht. Wir gehen hier. Geh, Baby, geh. Oh mein Gott, hier ist ja zu. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin mute. Ich... Spiel den Game. Du sprichst den Game, du sprichst den Game. Du sprichst den Game, du sprichst du. Du hörst mich. Shut the f**k up, man! Ruhig im Voice-Shit jetzt. Einfach ruhig, einfach ruhig, einfach ruhig. Ich sag jetzt mal, sorry dude, I didn't hear you. I was talking to my mates. I'm sorry. Oha. Na, das ist nicht dein Ernst? IQ kommt schon mal von vorne, Alter. Kann er mich sehen, wenn ich hier sitze? Wechsle das Magazin! Also noch sind die beiden Kesseln hinzu. Über mir ist jemand. Der hat kein Leben mehr, what the f**k? Ich komme zum Flanken. Ich komme zum Flanken. Ich komme zum Flanken. Ich komme zum Flanken. Nein, da unten hat man schon wieder gewartet. Ah, es war klar, dass jemand wartet. Ah, schade. Ich hoffe, wir können das noch diffen. F**k, bitte zurück in die Wohnung. Drohne kommt rein. Drohne kommt rein. Dich. Ah, scheiße. Okay, Jekyll. Okay, sie sind alle vor der Drohne. Loll. Ja, die Schieße ist aber nicht so kaputt. Er sollte da vielleicht dreck gehen. Alter, wie schlecht zielt er denn? Please! Das war nicht so erfolgreich. Da hätte ich vielleicht... Ich hätte langsamer... Ich hätte langsamer sein sollen. War klar, dass jemand auf mich war. Die sind ja alle drei... Zumindest drei Primär. Was nehme ich? Ähm, ich glaube, ich nehme... ...wieder Termite. Okay. Ich hatte auch damit gerechnet, dass dann... Irgendwo noch den... Okay, das sind äh... Besprechungsraum. Und ich jetzt, wer so ist. Äh... Schön markiert. Kann auch irgendwer... Was ist falsch bei mir, Irgendwo? Okay, John hier hat eine Drohne oben. Das ist schon mal gut. Äh, kannst du dir ins Cockpit auch... ... ganz hinten reinlegen? Irgendwo's Drohne ist down schonmal. Das ist nicht so gut. Aber was wir erwarten. Carvera kommt hoch. Ja. Ja, haben wir keine Drohne. Okay. Aber müssen auf jeden Fall... Ich will über Cockpit... ... reingehen. So, wie gesagt, oben ist Dingens. Oben ist die Carvera. Ich hoffe, hier bitcht niemand. Ne. Achso, wir haben ja gar kein Schild dabei, ne? Äh... Really? Oh. Oh. Da ist schon wer. Echt so, Michael? Liegt im Eingang. Liegt im Eingang. Guck mal noch. Warte. Ich schmeiß ne Blattkarate rein. Die Drohne ist aktiv. Weggerusht. Ähm, kannst du hier aufmachen? Hast du... Hast du Sprengsitz? Klar. Für dich doch immer. Ist offen. Okay, dann mach du mal da auf. Ich will mal kurz mit der Drohne nach unten fahren. Küche abchecken. Ey, das kann nicht sein. Wow! Johnny, nicht sterben bitte. Ne. Okay, sehr schön. Der war übrigens oben. Bandit in the kitchen. Bandit in the kitchen. Sprengladung aktiv. Sprengladung aktiv. Sprengladung aktiv. Schön. Schön. Okay, aber wir haben nichts mehr zum... Geräte werden ausgeschaltet. Ah, okay. Doch, du bist sehr schön. Boah! Gleich dreimal Schockgrad. Wir wollenen, Muchachos. Wir wollenen. Wupp, 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 wupp. Sehr schön. Das hat aber schön runter gespielt, muss ich sagen. Toll. Das war schön gespielt. Nein. Nächstes Mal kannst du mit uns mitgehen. Was? Nächstes Mal kannst du mit uns mitgehen auch. Ich äh... Ja. Ähm, wo gehen wir jetzt hin? Haben wir Gebäckraum verloren? Achso, haben wir verloren, ne? Ah. Lol. Okay, wir müssen noch mal in das Zimmer. Ah, lol. Nein, es geht doch nicht zum scheiß Big Shot, der... ...Aim hat wie so einen Kartoffel, alter. Ah, was spiele ich denn jetzt, wenn... ...Aim Bandit. Ah! Hatten wir gern gefeckt. Was war das, das Schüppler? Ey. Oh mein Gott, was du... Wollte... Wollte, wir sind dahinter im Büro. Ah. Wir sind auch nicht gut. Okay. Äh, wir brauchen noch eine Wand für hier, bitte. Hallo, eine Wand? Hat irgendwer noch eine Wand für da? Wo? Jaha. Hier? Ja, ne, willst du offen lassen? Jo. Hast du noch Mute-Geräte, oder soll ich zu machen? Ich hab noch Mute. Wo willst du denn zu machen? Äh, ja hier hinten halt. Küche. Äh... So, du kannst... Ja, dann mach deine... Mach deine Bände-Dinger an. Mach lieber in die Küche, oder? Mach nochmal da ein... Einzelne. Dann soll das reichen. Neue Kamera-Iberfragung läuft. Loll, hier ist zu! The fuck, Alter? Wenn ich hier flanken will, dann werde ich richtig gefickt. Und sagt Bescheid, wenn ihr irgendwas seht, hört, riecht. Schild Minutes. Haha. Hey, wo ist Papier? Knifed! Er war gerade am Dronen. Oh, schon das zweite Mal, dass ich ihn hier oben bin, er beschert. Echt ein bisschen Pech. Lauf bei dir! Letzter! Wollte dich halt verarschen. Ich krieg keine Geld. Wisst ihr, ob oben welche sind? Nö. Ich glaube, hier oben ist bis jetzt komplett zu. Ja. Hier oben ist nix. Oh, Gott, die haben wir Gläse. Wow! Das war knapp. Nicht an er! Haha! Nice! Ich hab den Glatz noch rausgepiecht, hab den Glatz weggesniped. Nice! Das war doch wieder schon ein scheiß Luck-Shot, Alter. Aber es war einfach komplett synchron mit Jonny das C4 zu Exploden gemacht und ich hab ne Millisekunde vorher den Glatz gekillt. Sonst wär das auch nicht mein Kill gewesen. Schönes Ding! Aber schön gespielt, würd ich sagen. So, wo können sie jetzt noch hin? Gepäck, waren sie schon mal Gepäckraum? Weiß ich gar nicht. Ich hätt gern Termite, ich hätt gern ein Thatcher dabei und ich hätte gerne ein Schild. Das wäre sweet. Wenn nicht, dann nicht. Das Problem ist, ich merk grade, dass Blendgranaten übertrieben geil sind, ey. Schon auf dieser Map glaub ich schon das zweite Mal jemand mit Blendgranaten geblend, dann einfach reingerushed, weggeballert. Den Schwängel in sein Arschloch gepresst. Ja, ist okay. Lauf bei dir. Hallo, die Leute mögen meine blumigen Umschreibungen. Na, Jonny. Um 10€ Pracelife-Kart, Digga. Wir sind auch hier, wo wir gerade waren. Nein, wir wurden gerade mit meiner Drohne abhauen. Scheiße. Okay, aber Jonny, good job, du hast wieder eine Drohne oben. Die Caveira ist wieder da, wollen wir die wieder so outplanen wie eben. Die Caveira ist aber gleich wieder weg, denk ich mal. Also letztes Mal ist sie oben geblieben. Ja, hier ist er oben. Bleibt auch da. Immer noch oben. Ja, hängt im Eingang. Hat oben wieder aufgeschossen, Digga, Vorsicht. Ah, also sowieso letztes Mal. Ja, warte, ich geh gleich in der Drohne rein, sag ich dir Bescheid. Warte, 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 warte. Okay, ich seh's. So, sie ist auf der linken Seite. Auf der linken Seite. Auf der linken Seite, hinter. Guckt jetzt vom Gang aus, hinterm Sitz, auf die Tür einfach nur. Kannst näher kommen, kannst näher kommen. Ja, komme näher. Kannst näher kommen, kannst näher kommen. Ich muss mir selber einmal... Kannst ein bisschen in die Tür praktisch rein. Ja, ich muss mir das nur kurz einmal angucken, damit ich sehe, wo ich die Blende gerade hinschmeißen muss. Ja, ja. Achtung, komm, 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 komm. Nein, ich hab... Interrogation, Interrogation. Sie bleibt... Sie macht noch nicht. Oh! Ich hab dich gerettet! Du rettest mein Arschloch. Ah! Geil! Ich kann dir aber nicht helfen. Warum nicht? Ich bin auch irgendwie komisch weggebugt. Ich hab... Meine Sicht ist komisch. Ich kann mich auch nicht bewegen. Loool! Nein! Loool! Ich bin echt gebugt, Alter. Aber das geht, oder was? Macht nichts. Und ich krieg sogar eine 5-Ziger Teammitglied-Eliminierung. Ja gut, jetzt muss ich rushen hier. Okay. Ja, ja. Eine EMP-Granate geworfen. Äh... Jo. Letzter verbleibender Gegner. Ihr habt den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden. Ja, ich spring rein und schieß direkt. Loool! Ah, du hast getroffen! Headshot! Sehr nice! Ja, war eine geile Runde. Freut mich auch ans Gegner-Team. Hat Spaß gemacht. BP. Fresh. Jo. Und jetzt gucken wir uns noch mal hier die Rang-Stats an. Wir sind jetzt! Platin! So, wieder hier. Walter! It's magic! Patz! Wir gucken uns die Rang-Stats an. Und mal GG schreiben. Wer weiß! Klats! Platin! Wir sind back in Platin! Muchachos, weil euch die Runde gefallen hat, guckt auch bei Igno und Johnny vorbei. Die Links in der Beschreibung. Gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns das nächste Runde wieder. Da hinkommen! Bye-bye! Outro